Die kann man nicht so gut. Wir haben uns los. Die kann man nicht so gut. Aber die hat auch nicht so gut. Ja. Wie ein Bild. Schön, meine Hunde kennt die Hunde auch. Ja, Emi, also das war ja wohl eine Nummer der Hunde. Die Hütte. Die rennt hinten in den gelben Tunnel rein. Anstatt dass sie gerade aus dem Steg rennt, rennt sie raus und rennt rüber zur Hürde. Also, das ist ja eher möglich. Komm, 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 komm. Ja, was war's wohl mit der deutschen Bilanz? Dome Frau. Was hätte ein Glatternuller sein können? Auf jetzt. Das ist ein Tockenlein. Und das versaut man dann gar nicht mehr. Gestern hat sie gesagt, sie bringt doch mal. Verdient hast du das nicht, Emi. Das sag ich jetzt schon mal, gell? Wenn sie vorne einen Fehler gemacht hätte, hätte ich es auch noch verstanden. Aber nein. Nein, du hast dich auch nicht mehr rumgelegt. Die weg. Von der Hunde. Start Nummer 7. Die Hunde. Lila. Gibt Qualifikation. die Olden.